Ja, hallo! Hier sind Buh Wiegelt und Wolfgang Katschner von der Lautenkompanie Berlin. Und Buh hat uns gerade eben den Themenkopf von Johann Sebastian Bachs Kunst der Vogel gespielt. Ein Thema, aus dem Bach eine seiner größten und komplexesten Kompositionen geschaffen hat. Und für uns war das der Anlass, ein Projekt zu entwickeln, das wir zum Kunstfest in Hannover Herrenhausen zeigen werden. Und dieses Projekt nennt sich? Fugenpark. Und was ist da passiert? Der Fugenpark ist eigentlich ein musikalischer Park, in dem die Kunst der Fuge einerseits stattfindet und andererseits unsere Weiterentwicklungen. Wir haben mit dem Computermusiker Bernd Schurer gearbeitet und selber viele Sachen weiterentwickelt, Improversationen eingefügt und alles in der Galerie installiert, in dieser barocken, in diesem barocken Wahnsinnssaal da. Ja, und da mischen sich barocke Architektur, barocke Musik, moderne Musik, moderne Lichtkunst, Improvisationen und synthetische Klänge zu einem aufregenden Fugenpark. Und wir hoffen sehr, dass wir sie dort alle sehen werden. Bis dahin spätestens. Tschüss.